Thorstens MOBA-Design, Betriebsstelle Bahnhof Altenau-Oberharz, 3D-Ansicht. Der Bahnhof Altenau-Oberharz war die Endstation der Strecke Langelsheim-Altenau, auch als innerste Talbahn bekannt. Die Strecke mit der Nummer 1931 war von 1875 bis 1976 in Betrieb. Das Besondere an diesem kleinen Endbahnhof ist die in meinen Augen doch sehr, sehr sparsam ausgeführte Lokstation. Ich meine, Lokstationen sind nie wirklich große ausladende Anlagen gewesen, aber eine Drehscheibe, eine Schlackegrube und ein alter Personendagon als Aufenthaltsraum, das ist schon doch sehr, sehr sparsam. Der Bereich ist zwar für die Modellbahn etwas verkürzt, aber groß ist halt doch irgendwie anders. Der mit Rokolein ohne Bettung umgesetzte Gleisplan in H0 hat eine Länge von 4,40 Meter und eine Tiefe von 66 Zentimetern. Wobei das für den Vorderrand der Anlage bis zum hinteren Rand, also mit ein bisschen Luft nach hinten raus gilt. Von dem in diesem Bild linken Rand der Drehscheibe bis zum rechten Rand des Wasserkrans sind es etwa 50 Zentimeter. Damit sollte sich diese Betriebsstelle eigentlich ganz gut zur Unterbringung in einem Regalsystem eignen. Von der Länge her ist der Gleisplan vielleicht so 20 bis 40 Zentimeter kürzbar. Das hängt relativ stark von der Kompromissbereitschaft ab. Aber das Charakteristikum dieser Betriebsstelle ist halt eben nun mal, dass sie lang und schmal ist. Dadurch ist sie beispielsweise besonders geeignet für Seniorenanlagen oder eben als Betriebsstelle im oberen Stockwerk einer Doppelstockanlage. Noch eine kleine Info für Zuschauer auf YouTube. Das ist eine 3D-Ansicht eines Gleisplans, der in meinem Webshop angeboten wird. Sowohl ein Link zum Webshop als auch direkt zu dem Gleisplan sind unten in der Videobeschreibung zu finden.